Du hast gesagt, höher diesmal, ne? Damit man noch mein Gesicht sieht. Ja, moin moin zusammen. Also sagen wir ja nicht mehr. Egal. Ja, heute wollte ich euch Folgendes zeigen. Nämlich hatte mich, ach ja, bei YouTube in der Diskussion, da kann man ja auf unserem Channel auch in der Diskussion was schreiben, hatte ich Gott sei Dank gesehen, hatte jemand gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie man Holz richtig einlagert, beziehungsweise so, wie man das richtig macht, weil sich da wohl jemand einen kleinen Holzvorrat anlegen wollte. Ich hoffe, derjenige sieht das Video dann hier auch. Ich bin jetzt auch kein ausgemachter Experte. Ich habe die letzten Jahre halt relativ viel Erfahrung, oh, ist das glatt hier, damit sammeln können, weil, ja, ich habe ja im Schloss Waldesroder gewohnt, da haben wir auch komplett mit Holz geheizt und haben das Holz, ja, ich sage mal, teilweise ein bisschen selber gemacht. Viel haben wir uns aber auch gespalten kommen lassen. Aber jetzt, wo ich umgezogen bin, haben wir uns hier halt auch wieder ein bisschen, also einen kleinen Küchenofen haben wir auch und ein bisschen Holz selber gemacht, aber nur wenig. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch heute mal zeigen, wie das so aussehen kann, wie so ein Holz gelagert werden kann, verschiedene Varianten, weil hier, wo ich wohne, da gibt es überall Holzlagerstätten. Und da wollte ich euch ein paar davon zeigen, damit ihr einfach mal einen Eindruck davon habt. Da gehe ich jetzt gerade zu einer hin, wo ihr dann mal gucken könnt, wie das die Leute hier so machen. Ich glaube, und ich werde da auch mal ein bisschen so erzählen dazu, was ich da so von halte und wie ich es machen würde. Dann zeige ich noch, wie mein Schwiegervater, beziehungsweise, ja, wie ich in der Scheune meines Schwiegervaters das Holz gescheitert habe, wie ich das dann auch sortiert habe gerade, weil ich es letztens von einem großen Haufen umgeräumt habe. Und jetzt zeige ich euch erst mal hier die Häufchen. Wir gehen schon gerade rein. Da gucken wir jetzt hier mal. Also, dann gucken, wie ich das mit der Kamera mache. So, da seht ihr jetzt hier die großen Haufen hier. Und ihr seht schon hier unten, da hat derjenige Paletten drunter gelegt. Das hat er aus folgendem Grund getan. Die Paletten hat er unten drunter gelegt, damit die Luft immer von unten ran zirkulieren kann und sich da unten keine Feuchtigkeit bildet und da kein Schimmel und nichts kommen kann. Und hier oben drüber, das kann ich euch auch mal von oben zeigen, dafür habe ich ja diesen schönen langen Stab. Das ist hier mit Planen alles abgedeckt. Ich gehe hier nochmal ein Stück weiter. So, auf der Seite hier, da sehe ich, da ist nichts drunter. Da werden dann wahrscheinlich die untersten Hölzer irgendwann nicht mehr nutzbar sein, weil die weggammeln. Das ist natürlich schade, weil so ein paar Paletten hier, die kriegt man eigentlich so, ungenormte Paletten kriegt man eigentlich sehr günstig. Oder man legt zwei große Kanthölzer drunter, dass da nichts passieren kann und das nicht so feucht werden kann. Macht aber nicht jeder. Naja, so, ihr seht hier auch, das ist alles mit Folien gemacht. Und da will jemand vor der Kamera weglaufen. Na gut, also es ist alles mit Folien gemacht. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu nah herangeholt. Ich muss mal wieder umstellen. So, wieder das Ganze umdrehen hier. Doof. So, so geht es, glaube ich. Jetzt bin ich wieder. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das so in so Boxen, hier hat nämlich derjenige auch, das gibt es hier überall, so Boxen, die zeige ich euch jetzt nochmal, wie man das einfach reinlagern kann, die man auch gut stapeln kann. Das ist auch eine ganz schöne Methode. Hier. So. Wobei ich immer schade finde, dass hier immer so Folien genommen werden. Oder hier wie zum Beispiel so, ja, das ist halt alles Plastik irgendwie. Und das verrottet dann irgendwann, beziehungsweise wird immer brüchiger. Und irgendwann bröselt das hier in die Natur. Das ist auch scheiße. Wenn, dann würde ich irgendwie noch Holzabdeckplatte nehmen oder so. Da gibt es ja auch mittlerweile recht schöne Materialien. Irgendwie so ein doppelverleimtes Brett oder so. Ja, und dann noch hier gibt es noch hier diese, also wie gesagt, nicht nur diese Kästen, die man stapeln kann, wenn man einen Traktor oder einen Stapler oder was in der Art hat, sondern hier gibt es auch noch diese Boxen, diese Seitengestelle hier, die das dann halten. Finde ich auch keine verkehrte Methode. Ich persönlich würde mir einfach einen Holzunterstand bauen. Muss ja gar nichts Kompliziertes sein. Einfach nur irgendwie vier Pfosten vorne ein bisschen kürzer, ein Schrägdach drauf. So kann ja, was weiß ich, das kann ja einfach irgendwie Schalungsbretter sein. Also hier sowieso Rindenschnittbretter können das ja sein. Oben drauf, dass da kein Regen ran kann. Fällig. Schon habt ihr einen Holzunterstand. Das kostet fast nichts. Wenn ihr irgendwo Holz in der Nähe sowieso habt, dann fragt ihr mal beim hiesigen Holzhändler. Das sind meistens die heißen schwarzen Bretter. Kriegt ihr. Und ja, sowas. Genau. Und ich wollte noch ein paar Sätze sagen dazu. Wenn ihr Holz macht, selber macht und ein Waldstück habt oder so, dann solltet ihr euch unbedingt mal das Interview mit dem Herrn Thoma angucken von der Hausbaufirma Thoma. Bei KenFM. Thoma, du Franke. Das verlinke ich euch hier oben irgendwo. Da gibt es ja diesen Infobutton gleich. Hier, da ist er. So, und da zu dem Interview mit KenFM. Das ist echt super, weil ich will nur so viel erzählen. Der hat irgendwann mit seinem Großvater zusammen angefangen, Vollholzhäuser zu bauen. Macht das heute auch immer noch. Und die bauen mittlerweile Passivhäuser aus Vollholz. Und ja, der hat da so ein paar spannende Methoden. Ich sag nur, er nennt das Mondholz. Was das da genau mit auf sich hat, könnt ihr mal in dem Interview gucken. Jetzt gehen wir noch in unsere Scheune, also nicht mit meinem Schwiegervater, wo ich mal zeige, wie man dann Holz trocken einlagern kann. Aber vorher zeige ich euch noch eine Sache, wie man es nicht machen sollte, wo derjenige wahrscheinlich keine Zeit mehr gehabt hat. Da gehen wir jetzt noch mal hin und da zeige ich euch noch mal, wie man es nicht machen sollte. Genau. So, noch ein schnelles Video. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Und zwar diesen wunderschönen Haufen hier. Ja, und ihr könnt ja schon fast ahnen wahrscheinlich, wo der Fehler liegt. Erstens, dass so die Jahreszeit ja noch so laufen ist. Und wenn man so einen Haufen macht, dann im Sommer, um das Holz zu trocken, dann, dass man, wenn die Sonne oben schon durchst, groß die Schicht, dann muss man das immer schön reinbringen kann, nach und nach. In die Scheune, oder in den Unterstand, oder was auch immer. Ja, und hier hat es halt jemand vergessen. Deswegen kann ich nur den Tipp geben. Unbedingt. Vorher gut planen, wie ihr das Holz macht, damit es dann auch trocken reinkommt. Weil, ja, das Holz da, das könnt ihr vergessen. Das ist unten drunter alles dann wahrscheinlich feucht, oder dauert ewig bis es trocken ist, oder schon verschimmelt. So, und jetzt gehen wir noch mal zur Scheune. Dann zeige ich euch, wie man das einlagern kann. Beziehungsweise eine Variante. So, jetzt bin ich in der Scheune. Ich hoffe, das ist nicht zu wenig Licht hier. Man sieht es. Weil hier, habe ich das so gestapelt. Mal von oben mal drauf gucken. Ne? Und wichtig, wenn ihr so Haufen macht, mit so kurz gescheiterten Hölzern, also mit so kurzen hier, dass hier immer ganz viel Versatz reinbringt, dass die schön stabil werden. Und ich habe hier unten drunter auch Paletten. Also da sind auch Euro-Paletten drunter. Ich kann euch die mal hier zeigen. Das sind also diese ungenommenen Euro-Paletten. Die kriegt ihr mit Glück bei Firmen, die irgendwie mit Lebensmitteln arbeiten oder so. Die sehen dann so aus hier. Das sind so und die habe ich damals für 20 Cent das Stück gekriegt. nur weil die Rechnung geschrieben werden musste. Und da sowas ja Arbeitszeit und in dem entsprechenden Geld kostet, haben die 20 Cent das Stück gekostet. Habe ich mir damals 100 Stück geholt. Bei 20 Euro. Und das ist, wie gesagt, die kosten dann fast nichts, wenn ihr die selber abholt. Da gibt es sogar, also damals war es noch so, die Firma, wo ich das abgeholt hatte. Die hat mittlerweile auch nicht mehr, aber die haben da damals sogar die kostenlos zersägt, rausgehauen. Also die haben die selber zersägt und man konnte dann mit Anhänger hin, haben die die einfach reingeschmissen, damit sie die los sind, wieder Platz haben. Ja, jetzt gehe ich mal wieder hoch. Genau, also was ich hier auch echt selber mache, das kann ich euch auch nicht nur empfehlen, wenn ihr wirklich nur einen ganz kleinen Holzbedarf habt. Auf der Seite hier habe ich mir hier so ein kleines Sägegestell gebaut und dann mit einer Schwedensäge hier, einer Astsäge, säge ich mir mein Holz selber und das ist jetzt nur für unseren Küchenofen. Ja, das werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr verbrauchen, weil das noch zu feucht ist. Aber so könnt ihr euch euer Holz selber machen und ich sammle nur Totholz. Das ist nur Totholz oder was bei irgendwie, wenn ich was gebastelt habe hier, das ist hier noch der Rest von meinem Eschenrohling für die Axt, die ich gebaut habe. Vom Spindholz, was schon zu durch war, das verheizt sich. Ja, und jetzt kann ich euch noch, wenn ihr ein bisschen mehr Holz machen wollt für euren Eigenbedarf, dann gebe ich euch den Tipp, holt euch eine Schrot-Säge. Da verlinke ich euch unten mal, wo man die kriegt. Weil eine Schrot-Säge ist super geil. Das sind diese großen alten Doppelsägen und mit denen könnt ihr Stämme und alles echt super fix sägen, ohne dass ihr Benzin oder irgendwas verbrauchen müsst. Von daher kann ich euch nur empfehlen, holt euch irgendwo gebrauchten Schrot-Säge oder auch eine neue, weil so ein Ding, wenn man das pflegt, das hält ewig. Die könnt ihr auch im Normalfall selber schärfen, weil das meistens ungehärtete sind und notfalls sind die Zähne so groß, dass ihr da auch mit der Diamant-Pfeile, also mit der Diamant-Raspel was machen könnt. Und da kann ich euch unten mal verlinken, weil das ist eine gehärtete, soweit ich weiß, eine Schrot-Säge, eine super tolle und Diamant-Pfeiler-Holl zeige ich euch auch noch, wo ihr die kriegt. Weil so ein Ding werde ich mir auf jeden Fall, wenn wir umgezogen sind, selber holen, eine Schrot-Säge. Im Moment lohnt sich das gerade nicht, weil wir noch umziehen, aber da heizen wir dann auch wieder die Wohnung zur Hälfte mit Holz. Und da werde ich mir so eine Schrot-Säge holen, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mit so einem, erstens sind die saugefährlich, diese Motorsägen und ihr braucht Benzin, ihr müsst die warten und und und. Und so eine Schrot-Säge, da muss ich nur eine Pfeile besitzen, also entweder so eine Diamant-Pfeile oder eine normale Metall-Pfeile. Dann kann ich mein Holz komplett selber machen und bin auch nicht irgendwie darauf angewiesen. Und klar geht das nicht so schnell wie mit der Motorsäge, aber ihr habt auch viel sauberere Schnitte. Das heißt, wenn ihr euch mal Werkstücke herstellen wollt, könnt ihr das auch mit der Schrot-Säge machen. Und dann verlinke ich euch noch ganz unten in der Infobox noch einen Tipp zu einem Kanal von einem Tischlermeister, der so Restaurationen macht. Der hat saugeile Videos, der zeigt auch, wie man mit einer, ich glaube, die heißt Kran-Säge, Schwan-Säge, Kran-Säge, glaube ich. Das ist auch so eine alte Säge, mit der man sogar selber wirklich ganz tolle Bretter und Dielen sägen kann. Dass euch auch nicht so schnell geht wie mit motorisierten Sägen, aber auch mit einem super tollen Schnitt. Also der hat auch geile Videos, kann ich euch nur empfehlen, um da mal rein zu gucken. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe vor allem demjenigen, der in der Diskussion das gesagt hat, dass ich da irgendwie weiterhelfen konnte. Macht's gut und auch noch ein schönes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal.